Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich bin die Sandy und sie in Australia bin ich. Spielst du mit dem Gedanken für einen Urlaub oder einem Work and Travel nach Australien zu gehen, dann ist dieser Kanal wahrscheinlich für dich. Hier berichte ich aus meinem Leben in und aus Australien. Gefüllt mit vielen Informationen, Inspirationen und meinen persönlichen Tipps. Eine Australienreise zu planen ist nicht ganz einfach und genau dabei möchte ich dir helfen. Deshalb wäre es am besten, wenn du gleich mal meiner Facebook-Gruppe beitrittst, Australien entdecken und erleben. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Neben meinen Blogbeiträgen, Videos und der Facebook-Gruppe biete ich dir zusätzlich noch die Möglichkeit, dein Australien-Abenteuer mit mir gemeinsam zu organisieren. Das Beste daran ist, dass wir während deines Aufenthalts hier in Down Under in Kontakt stehen und uns sogar in Cairns treffen können. Für mehr Info, schau dir doch mal meine Webseite www.seeinAustralia.com an. Tschüss, liebe Grüße aus Cairns! Für mehr Info, 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 für